Datum Dates in British and American English Tick und Tuck haben einen wichtigen Termin, doch sie wissen nicht mehr genau, wann. Erinnern Sie sich denn wenigstens noch an den Monat? Was it in January? February? March? April? May? June? July? August? September? October? November? Or December? Die Monate werden übrigens immer groß geschrieben. Tick ist sich sicher. It is on the third of June. Es ist am dritten Juni. Auch wenn das Datum so ausgesprochen wird, wird es im schriftlichen Englisch anders geschrieben. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos. Über 10.000 Lernvideos. Interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken. Und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! 71.000 Lernvideos. ICHO JUMBER drive mich von mir in roots hin. taxi